So, jetzt stehe ich neben Höppi und Höppi hat gleich mehrere Custom-Woller angebracht. Nehme ich gleich, wie viel hast du gesagt? Fünf. Und einfach mal einen Anwerten und einen Aufsicht. Ah, okay. Also sozusagen ein Nachwuchsprojekt. Ja, genau. Unterstützt den Nachwuchs. Okay. Ja, und dann haben wir noch ein neues Ding, die Vantess. Gottessand, Beta-Vantess. Wie lange ist die, weißt du das? Äh, 2,10 Meter. 2,10 Meter. Wie lange hast du dir gewonnen? Äh, ja, zwei Jahre. Zwei Jahre. Basis, Klassenschaden am Wetterrahmen und auch, wie es jetzt zum Glück immer mehr gibt, mit einem Lampretner Shoppern. Neh? Ein Lampretner Shoppern. Aber wie muss doch das Thema gewonnen werden, wenn man das? Das hat mir mal ein Vespaschoppern, der auch hier verordnet, hat mir einen Shopper, ein Vespaschoppern. Ja. Das ist einfach, wenn es auf einem Lampretner Shoppern war, auch nix geiler, aber scheißes Vespaschoppern. Okay. Sehr willkommen. Hattest du dich für deine Projekte mal an? Und wer steht nicht auf unserem Lampretner Shoppern? Ja. Wir stehen das nicht. Vielen Dank für deine Zeit. Das war eine schöne Zeit. Ciao. Wir sehen uns in Hamburg. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020